Hallo! Willkommen zu einem kleinen Nachtrag. Ich wollte noch das letzte Mal im allerersten Part zeigen, was hier in dieser Mithaltung ist. Nun werde ich das auch machen. Das hatte ich ganz vergessen. Beim letzten Part noch nichts mehr erwähnt, was hier unten ist. Eigentlich ein ganz normaler Raum. Außer, dass hier ein wenig Teelichter sind. Oder wenige Teelichter. Gut. Hier sind dann mehr Teelichter. Essentlich mehr Teelichter. So, und hier die Mithaltung vom Kalb. Hier ein mehr Teelichter. Und eine Menge Glasflaschen. Ja, habe ich das letzte Mal durchgefilmt. Und hier, wie man an der Decke mitbekommt, sind hier einige Zeichen. So. Hier liegt auch noch eine Menge Müll wiederum. Gut. Es ist noch ein Fenster, wo man auch halt eben bleibt. Oh, wow. Dieser Weg ist natürlich einfacher. Und nun? Das war's auch nun mit dem Nachtrag. Nun müssen wir wirklich aber schnell hinaus. Denn wir haben hier eine Person draußen sitzen sehen. Okay. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von irgendwelchen alten Gebäuden. Auf Wiedersehen.